hallo ihr lieben heute ihr seht schon es gibt wieder eine leinwand und gerade auf die leinwand gebracht die strukturpaste ihr wisst ja ich finde leinwand und strukturpaste finde ich ein wunderschönes mittel um sachen zu dekorieren sich irgendwas einfallen zu lassen und dadurch ich lieb es einfach und habe auch schon gefühlt den x-ten pot anstrick strukturpaste jetzt genutzt und habe dann eben immer wieder mal geschaut was kann man denn so schönes machen hat mir inspiration gesucht und habe dann die idee gehabt wo ich hoffe die funktioniert jetzt so auch ganz gut und genau ich habe jetzt erstmal alles komplett mit der strukturpaste ausgefüllt also es geht über die komplette leinwand ihr könnt so ordentlich machen wie ihr wollt ihr könnt so dick machen wie ihr es wollt und allem drum und dran und habe dann das ganze noch mal mit so einer art muster versehen also ich werde jetzt gleich sehen was ich meine mit muster ihr könnt euch da aber auch jede mögliche art an muster irgendwie überlegen die ihr dafür nutzen wollt für mich war das jetzt dann die schönste variante die ich jetzt genommen habe die für mich ganz gut gepasst hat aber das auch immer geschmacks abhängig also da lasst euch da auch nicht einschränken selbst wenn ihr euch inspirationen holt einfach so ein schauen was passt zu euch zu euer wohnzimmer schlafzimmer oder was weiß ich und es sind ja immer bloß inspirationen die da irgendwo hier gezeigt werden von mir wie man es machen kann ich hole mir auch immer wieder mal die inspiration und dann wird es komplett anders also ist jetzt nicht so dass bei mir die sachen immer so werden wie ich sie gerne immer auch gesehen habe funktioniert bei mir übrigens sowieso nicht davon abgesehen einfach weil ich manchmal einfach ganz anders arbeite und aber wie gesagt das ist dann ich habe so gut wie möglich glatt gestrichen und dann das ganze wenigstens sehr gut homogen auch zu haben dass einfach die höhe immer gleich ist ungefähr und dann habe ich mit dem spachtel den ich da habe das ganze so ein bisschen mit tupfen immer eine art struktur reingepackt beziehungsweise muster kann man jetzt sehen wie man will und das halt dementsprechend relativ einfach aber eben halt trotzdem für mich die beste variante jetzt die ist dann eben für mich und meiner art zu arbeiten und zu basteln einfach am besten gepasst hat habe auch hier übrigens die ganze zeit jetzt einfach immer das ganze ein bisschen beschleunigt ich habe nur bedingt ein mini bisschen überall mal rausgeschnitten aber jetzt nicht wirklich extreme sachen und wie gesagt alles ein bisschen schneller damit zeit zu sehen dass aber trotzdem eben nicht irgendwie ein zwei stunden video wird wobei so viel war es jetzt nicht wenn ich jetzt vom material für vom video material da hatte ich jetzt glaube ich eine dreiviertel stunde stunde also es ist ein projekt was zwei über tage jetzt ging aber letztendlich auch nicht wirklich ein projekt was extrem lange gedauert hat es gibt natürlich die trocknungszeiten das heißt die struktur puste paste muss ja auch trocknen ein schritt kommt noch bevor das trocknen muss nämlich ich mache die masken da drauf und wie gesagt das ist jetzt aber es war ein relativ langes projekt aber jetzt nichts womit man sich jetzt den kompletten tag halt mit beschäftigt sondern es gibt immer wieder steps und dann muss eben auch wieder gewartet werden und also bei der strukturpaste weil ich es da gerade gesehen habe unbedingt auch die ränder nicht vergessen weil das wirkt sonst blöd die strukturpaste hat eben nicht das komplette weiß was eben halt die leinwand hat und dementsprechend würde das selbstverständlich dann auffallen und ihr habt eben schon die zwei masken gesehen ich habe jetzt nur noch da gibt so eine halte gummies weil es natürlich masken sind mit dem man sich natürlich aufsetzen kann und habe dann dementsprechend die masken aufgesetzt ich habe die noch sehen sie übrigens aus wie aliens irgendwie habe ich das gefühl aber ich habe sie jetzt auf die strukturpaste drauf gesetzt habe dann so ein bisschen geschaut dass eben die kanten gut verdeckt sind dass das eben auch hält habe also noch ein kleines bisschen nachgearbeitet damit das halt dann wenn es jetzt trocknet eben nicht runterfällt und bisher ist nichts runtergefallen das einzige ist halt immer die strukturpaste krümmelt hat manchmal wenn man rankommt aber theoretisch macht man es einmal irgendwo stellt man es irgendwo hin oder hängt irgendwo an und dann bewegt sich dieses bild ja erstmal nicht mehr und genau wie gesagt ich habe jetzt hier am rand immer noch so ein bisschen geschaut habe überall so ein bisschen das ganze ein bisschen hochgezogen damit wie gesagt eine gewisse standhaftigkeit auch hat und dann habe ich es erst mal trocknen lassen und falls ihr jetzt bis hier noch dran seid also ich freue mich übrigens immer über ein daumen nach oben oder ein kommentar eine frage ein schön oder wie auch immer und oder halt auch ein abo es ist alles kostenlos ich verdiene übrigens auch kein geld damit ich habe einfach noch zu wenig abonnenten was aber eben halt auch nicht meine primäre situation jetzt ist dass ich es gerne mache haben wollte und aber wie gesagt ist jetzt einfach dem so ein bisschen ich mache es aus hobby gründen es fing durch ein hobby an durch corona so ein bisschen weil man sich ja und wer auch beschäftigen muss und damit fing das basteln an vorher war es schon dass ich halt videos von musik gemacht habe jetzt ist es aber hauptsächlich so eine kombi aus musik und basteln und das basteln kam halt eben dazu weil ich dann einfach zu der zeit ganz viel gebastelt habe und dann dachte mensch das ist eine gute kombination ich filme das ganze zeigt euch und zeigt es mir selber halt auch wie es halt am besten was ich gemacht habe wie es vielleicht nicht mehr machen würde und deswegen zeige ich euch in der regel auch so fehlt die die halt irgendwie also einfach sachen die so nicht funktioniert haben wie es gerne gewollt hätte und also es hat immer für mich auch ein hintergrund ich mache es gerne ich mache es als hobby und schaffe mir damit erinnerung so hier habe ich gerade bastelkleber genommen wasserlöslichen bastelkleber unbedingt darauf achten und das ganze mit wasser vermischt relativ viel also man braucht schon ein bisschen was an dem kleber ich habe dann irgendwann so ein bisschen angefangen anders zu arbeiten aber das werdet ihr dann auch gleich noch sehen weil das ganze ja irgendwie so ein bisschen durchgetränkt werden sollte habe aber vorher schon mal geschaut wie sieht es aus wenn ich dieses tuch so trappiere wie es mir vorstelle und also dadurch ist da eine ganz gute möglichkeit da das gut durchzutränken da gut darauf achten weil sonst wirkt das ganze auch nicht ich habe glaube ich von der menge habe ich vielleicht drei vier vier so gläser gemacht bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher und aber wie gesagt man braucht es und habe dann immer angefangen irgendwann das ganze tuch wieder so zusammen zu knöseln damit die feuchtigkeit auch immer noch bekommt und das war dann einfach so das beste was ich machen konnte weil das sonst irgendwie direkt auf der leinwand hat es irgendwie dann nicht ganz so funktioniert also dass ich es gleich parallel so hinlege wie es haben möchte das passte dann irgendwie nicht und aber der vorteil ist halt wirklich auch der kleber dass der halt selbst wenn man ja mit den händen rankommt ist alles gut ist relativ entspannt und dadurch hat es wirklich gut funktioniert ich habe ja schon mal so ein ähnliches video gemacht mit aus t shirt da habe ich vorder und rückseite t shirt genommen und habe daraus zwei leinwände gemacht wenn ich daran denke verlinke ich euch das video dazu ich finde das ein schönes ergebnis ja also wie gesagt ich verlinke euch das ich hoffe ich denke gleich noch dran zwischen video schneiden und hochladen es sind immer unterschiedliche zeiträume dazwischen und da vergesse ich teilweise auch aber ich bemühe mich und versucht das ganze zu verlinken und ihr seht schon hier das ganze tuch das wird immer weiter da mit kleber versehen und es ist ein stück arbeit aber ich finde ich bin ja so ein fan immer beim basteln hörbücher oder musik zu hören aktuell sind es meistens hörbücher und dadurch ist das eine wunderschöne möglichkeit das ganze zusammen zu packen hörbücher hören ich höre viel die älteren sachen die ich halt auch schon kenne einfach weil ich die immer sehr sehr schön finden es gibt ja so unterschiedliche genre wo ich halt das ganze was ich höre was ich lese und aktuell sind es dann eben halt viel die älteren sachen direkt als buch lese ich halt aktuell meistens wirklich neuere bücher bücher und da auch sehr unterschiedlich zwischen thriller und new adult heißen die glaube ich das genre kann mit diesen englischen wörtern meistens nichts anfangen bin da ein bisschen unbedarft ich bin da jetzt nicht so der englisch mäßige der da jetzt irgendwie gut begabt ist was sprachen angeht und dementsprechend beim englischen hört es bei mir richtig auf so und hier trappiere ich das ganze jetzt auch und ihr seht schon es ist relativ gut durchdrängt manche sachen sind noch nicht ganz so gut durchdrängt habt dann so ein bisschen geschaut wie funktioniert setzt am besten dann habe ich versucht auch mit dem kleber so in form zu bringen noch mal mit dem pinsel da so ein bisschen schauen unbedingt auch daran denken die kanten dann so ein bisschen hinter die leinwand festzustecken damit sich dann halt auch nicht mehr bewegt und auch schön aussieht damit es eben trotzdem noch quadratisch aussieht könnte es natürlich auch so lassen also es gibt ja auch momente wo man sich denkt dann soll es halt nicht nach leinwand aussehen sondern das sieht vielleicht eine er danach aus das ganze wurde einfach an die wand gemacht und also da gibt es ja ganz unterschiedliche möglichkeiten ich habe es jetzt wie gesagt dann einfach so ein bisschen hinter die leinwand gesteckt damit es nicht ganz so unordentlich aussieht also ich wollte schon so ein bisschen kantiger haben und es ist nicht hundert prozent kannte ich das war aber auch vollkommen okay für mich ab einem bestimmten zeitpunkt es hatte seine struktur so wie ich sie wollte und damit war das dann für mich in ordnung hier habe ich jetzt das ganze einfach so ein bisschen wie gesagt überall noch so ein bisschen mit dem kleber durchfeuchtet und dann ein wenig unter dieser leinwand versteckt wie gesagt damit er einfach so ein bisschen struktur ich habe dann so ein bisschen geschaut eben wo funktioniert jetzt am besten ich wollte ja auch die struktur passte so ein bisschen immer noch durch scheinen lassen damit das nicht ganz so verloren geht und übrigens so hinter die leinwand klemmen macht sich wirklich sehr sehr gut ich habe es bei dem anderen bei dem t shirt habe ich diese da sind ja immer so eine holzstäbchen bei fragt mich nicht was ich damit machen sollte irgendjemand hat mich schon mal erklärt aber wahrscheinlich nur damit zeit strammer sitzt und genau dementsprechend habe ich jetzt einfach dann versucht zum gut wie möglich für mich ordentlich zu trappieren und trotzdem diesen tuch look zu haben und wie gesagt die augen und so dass das halt so verdeckt ist ich habe jeweils überall die augen verdeckt und von der maske ist dann nur noch unten die nase und der mund zu sehen also der riss der maske letztendlich und habe überall so ein paar falten reingemacht in dem tuch falls das einfach den schöneren effekt hat und ich zeige euch gleich noch wie es aussieht der zwischenschritt wo es dann halt ganz gut funktioniert wie gesagt von dem kleber plant ein bisschen mehr ein ich habe ja eine riesen pulle das ist jetzt aber eine pulle also pulle klingt so merkwürdig so eine riesen flasche mit leim und ich habe es vielleicht die hälfte habe ich jetzt leer aber habe davor ja noch die zwei anderen bilder mitgemacht also dementsprechend die flasche reicht zwar relativ lange aber lieber ein bisschen mehr da haben und dann eben auch durchgängig arbeiten können also nicht so schlimmer als wenn man feststellt mist das material reicht nicht also hatte ich auch schon ist immer eine katastrophe für mich weil das einfach nicht gut ist da dann einfach die pause zu machen weil man es gerne weiter machen möchte und ja hier das ganze ich habe es circa einen tag trocknen lassen dieser tag war jetzt auch nötig gerade was das tuch anging die paste war relativ schnell durchgetrocknet hat aber eben auch so ein paar stunden gedauert und dadurch war das dann auch vollkommen in ordnung hier seht ihr erst mal das zwischenergebnis ich habe mich nämlich dazu entschieden noch mal eine farbänderung zu machen ich hatte es überlegt ob ich so lasse aber mich haben diese zwei unterschiedlichen weiß töne ganz leicht gestört und dadurch habe ich gedacht das geht so nicht das muss ich anders machen und habe dann entschieden ich gehe auf den balkon habe aber auch für diese idee muss ich dazu sagen das ganze noch mal farblich ein bisschen anders zu machen dann entschieden die andersrum habe ich tatsache im moment gebraucht bis ich dann das ganze auch umgesetzt habe ich brauche manchmal ein paar tage um dann diese entscheidung auch zu fällen und bin damit aber auch auf den balkon gegangen ich habe so eine edding farbe in champagner genommen es war eine neutrale nette farbe ich wollte jetzt wieder richtiges gold rosé gold oder silber nehmen ich wollte einfach was schönes was auch ein bisschen wärmer aus strahlt bin so ein bisschen beim sprühen muss ich noch ein bisschen üben ich hatte immer es ist nicht sagen wir mal so ich bin nicht weit genug von weggegangen man soll ja mal eine gewisse abstand zwischen dem objekt wo man rauf sprüht und dem anderen dann hinbekommen also zwischen der flasche das hat bei mir nicht so richtig funktioniert ich bin da glaube ich manchmal einfach ein bisschen ungeduldig diese fein sprühnebel sind halt eben dann immer heißt eben man muss mehr zeit einplan ich habe dadurch aber auch bei der unteren maske ihr werdet am schluss noch mal ich denke das auf dem video auch zu sehen dass da noch mal so ein bisschen der fehler dann eben auch aufgetaucht ist ich habe diese flasche auch aufgebraucht ich hatte glaube ich was habe ich damit schon gemacht die kinderbausteine habe ich damit gemacht mit der farbe da kann ich gucken ob ich euch das auch mit verlinkt damit ihr da auch noch mal schaut ich finde die adding farben relativ gut ich habe es gut handelbar und dadurch würde ich da jetzt wahrscheinlich auch immer wieder darauf zugreifen hier übrigens beim sprühen so ein bisschen schauen ich hatte ziemlich zu tun einfach diese falten da eben auch mit rein zu bekommen dass das ganze funktioniert ihr seht schon ich bin da auf meinem balkon ich habe kein garten ich bin leider immer die leute die basteln und dann sagen ich gehe jetzt mal in den garten ja habe ich nicht aber ich finde trotzdem ich helfe mir da immer ein bisschen selber und dann funktioniert es in der regel halt doch und wie gesagt der perspektivwechsel jetzt einfach auf die andere seite war einfach auch noch mal wichtig weil ich dann auch noch mal ganz andere freiflächen gesehen habe die ich noch mal angehen konnte und aber wie gesagt da so ein bisschen achten was ich persönlich noch lernen muss einfach mit der flasche weiter weg sein man sagt 20 cm wobei ich das schon immer relativ weit weg finde aber auf jeden fall nicht so nah wie ich da das kann ich euch schon sagen macht es besser als ich geht einfach nicht anders so ich zeige euch ich bin jetzt noch am sprühen ich zeige euch jetzt auch dann gleich das endergebnis noch mal ein bisschen näher dann seht ihr das auch getrocknet das ist jetzt auch schon ein paar tage her ich habe die habe das jetzt gerade erst das ergebnis mal abgefilmt das stand schon fast am fertigen platz bei mir und habe es aber dann schnell noch mal runter genommen und hat es noch mal ein bisschen genauer abgefilmt so dass ihr das dann auch sehen könnt ich hoffe euch hat es auf jeden fall gefallen ich mag die sachen die ich jetzt so in letzter zeit gemacht habe wirklich sehr gerne ich mag die ergebnisse sehr gerne und dadurch hat sich so ein bisschen bei mir auch was verändert dass ich da so vom stil ja ein bisschen anders geworden bin mal sehen was ich so die nächsten zeiten zeigen was ich dann so mache und ich danke euch auf jeden fall dass ihr immer da seid ich freue mich über jeden abonnenten übrigens auch wenn ich es als hobby mache ist das irgendwie doch immer schön wenn da irgendwie die leute kommen und sich die videos anschauen ob es jetzt musik videos sind oder eben halt meine basteleinen ist für mich immer wieder und ich danke euch sehr dafür hier seht ihr das ergebnis ich verabschiede mich schon mal und ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und freue mich wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid bis dann tschüss